Goretzka, Goretzka! Oh! Oh! Seinvollzieher, Leon Goretzka! Servus! Und jetzt Leon Goretzka! Goretzka mit dem 1 zu 0 bei seinem Bundesliga-Debüt für den Rekordmeister! Das ist mal ein Stand! Goretzka hat das Tor! Ja! Leon Goretzka, 88. Minute, 3 zu 2 für den FC Bayern! Und was für eine Kombination! Leon Goretzka mit dem Kopf, war das eine tolle Kombination! Ja! 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 Leon Goretzka, zu einer Chance, da ist Robert Webber, auf die Tore! Was für ein Ding und wieder vorbereitet von Goretzka, das macht der so unglaublich gut. Goretzka, super Flanke, 5-1 und Leon Goretzka mit seinem dritten Assist. Der liegt nochmal zurück, oh, so ein Fass für ein Spielzug, der zergeht auf der Zunge. Müller, noch besser zurückgelegt, Goretzka, 2-0! Goretzka, Leon Goretzka und das Tor! Zweiundvierzigste Minute. Basti nach hinten zu, Leon Goretzka, der könnte schießen, macht er auch, Leon Goretzka, Tor! Oh, Leon Goretzka! Oh, Leon Goretzka! Wie wird's? Wie wird's?